ja hallo und ein ganz herzliches willkommen zu einer neuen folge von let's play omsi 2 der omnibus simulator heute die 300 folge ja unglaublich aber eigentlich ist es ein armutszeugnis ich meine omsi 2 gibt es schon seit ein paar jahren und wir haben jetzt erst die folge 300 da ist steigerung da bei mir also ich müsste vielleicht mal ein bisschen mehr aufnehmen mit omsi dann würden es nicht so wenig folgen sein aber egal ist wurscht hauptsache es läuft wieder ja eigentlich folge 301 aber die eine krumme nap folge die konnte man nicht als normale folge sehen lassen weil es einfach nur ein video gewesen weil ich verzweifelt war weil mein krumme nap nicht funktionierte deswegen heute offiziell folge 300 und wir befinden uns heute auf einer sympathischen neuen karte da möchte ich mich ganz 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 herzlich bei omsi projekt glattbeck bedanken denn ich darf euch heute schon das neue mini dlc felbert vorstellen da noch mal ein dickes dankeschön und grüße gehen raus und in diesem xxl video werden wir heute die beiden linien abfahren der linie sb 66 und der linie 649 beginnt tun wir aber mit der 649 bevor wir hier loslegen noch ein paar infos zu dieser neuen karte die neue karte felbert mitten durchs bergische land mit vielen tollen udland strecken wobei an vielen tollen kleinen dörfern erwartet euch hier im neuen mini dlc das habe ich jetzt so oft aus freien stöcken vorgelesen falls es gerade so komisch geklangen hat die karte beinhaltet 34 kilometer strecke mit einer fahrzeit von 90 minuten davon 60 minuten auf der linie 649 und 30 minuten auf der linie sb 66 diese riesige karte kann man problemlos an wuppertal andocken um beide karten ohne kartenwechsel problemlos zu fahren das heißt wenn ihr wuppertal habt habt ihr noch eine schöne größere karte wo ihr dann einfach von wuppertal aus linienwechsel nach felbert machen könnt finde ich klasse das tolle ist ihr braucht nicht wuppertal also wenn ihr jetzt gar kein wuppertal habt könnt einfach diese dlc kaufen wichtig ist dass ihr um sie habt fertig ja also ihr müsst jetzt nicht unbedingt wuppertal holen finde ich klasse und ja preis liegt bei 9,95 euro ist auch ziemlich okay kann man nicht drüber meckern ihr habt da zwei buslinien 36 kilometer strecke davon habt ihr noch fünf kilometer autobahn die a535 und mehr als 200 neue gebäude objekte speziell für felbert ja wir befinden uns hier am zb in felbert hier schon einiges los wir fahren übrigens am frühen morgen um 5 uhr und ja fahren werden wir natürlich mit dem wuppertaler c2 und natürlich mit collision aber ich muss noch was hinweisen denn ich habe jetzt nicht die finale version von dem mini dlc sondern ich habe noch die beta version das heißt es kann sich noch einiges ändern zur finalen version also bitte nicht wundern wenn irgendwas sein sollte was nicht sein sollte ja also wie gesagt ich habe gerade hier nicht die finale version aber trotzdem ein dickes dickes dankeschön an um sie projekt glatt weg für diese geile überraschung hat mich sehr gefreut ja für diejenigen jetzt sagen ach nee ich möchte die sp 66 sehen und nicht die 649 dafür ist auch gesorgt geht einfach in die video beschreibung oder geht einfach so leiste hier auf youtube wo man vorspulen kann dann könnte das kapitel auswählen ob er jetzt die 649 sehen wollt oder die sp 66 so ja farb dann habe ich schon angenommen und ich würde sagen wir steigen mal ein wir fahren zwar mit einem wuppertale c2 aber es ist ein gemordeter bus aber ich denke mal das sollte kein problem für euch sein und wir machen die tür wieder zu so dann melden wir uns hier noch an so sympathisch gut dann gehen wir noch die linie ein das ist die 649 umlauf die zwei nach wuppertal hauptbahnhof super abwart 539 ist noch ein bisschen hin hier ist auch geschildert wuppertal elberfeld hauptbahnhof 649 so und starten wir noch den motor ich hoffe dass die lautstärke ok so ist ich hoffe es einfach war nicht dass irgendwas zu leise ist aber ich denke mal es sollte klappen und ähm ja ich bin mal gespannt wie meine fahrweise ist eigentlich wollte ich dieses video schon früher rausbringen aber das erzähle ich euch gleich ja wie dies ist der 10 juni also wenn die folge heute am mittwoch den 9 juni rauskommt dann morgen und wenn das video erst am zehnten rauskommt dann bis heute wie dies jeden fall 10 juni release und ja wie gesagt das video sollte eigentlich früher rauskommen aber das problem war gewesen mein omsi war kaputt ja ich muss mein komplettes omsi löschen ich muss das komplett neu installieren keine ahnung was los war ich hatte eine lange omsi pause genommen und zack ja zack ging omsi gar nicht mehr ja ich weiß nicht ob es an diesem omsi patch lag ich weiß es nicht und ich habe das gefühl dass der kollege mich hinten am arsch gerammt hat ja hat er weil wir anscheinend ein bisschen doof stehen ihr moin na gut dann melden wir den unfall weil wir haben eh 16 minuten auf und halt noch hier ja ja so problem gelöst so ja wie gesagt mein omsi war leider kaputt ich musste es komplett neu installieren ich konnte keine karte richtig mehr starten es war einfach es war einfach schade ich weiß nicht ob es an den omsi patch lag der kurz ende mai kam da hatte ich ja schon die omsi pause gemacht das war aber auch der einzige grund wo ich mir das erklären könnte warum es nicht ging weil ich hatte danach nix installiert ich hatte nur allein installiert bin allein gefahren und fertig und danach pause eingelegt ja keine ahnung auf jeden fall war das ziemlich ärgerlich ja wir fahren heute mit hilfsfeilen denn omni navigation ist ja noch nicht eingebunden beziehungsweise felbert ist noch nicht für omni navigation eingebunden und auch noch ein wichtiger hinweis ist ich kann euch jetzt nicht sagen ob das haus da wirklich steht oder ob dieses restaurant da wirklich existiert ich war noch nie in felbert ich war noch nie in wuppertal ich kann es euch wirklich nicht sagen ja also ne wir fahren die türchen ja wunderschöne türchen einmal die 649 und einmal die sp66 und dude ist ich werde dann am ende des videos dann meine meinung dazu sagen aber wie gesagt ob hier ob da was ist was in der realität auch so ist das kann ich euch wirklich nicht sagen weil ich war noch nie in felbert ich war auch noch nie in wuppertal war allgemein noch nie im ruhrgebiet gewesen also ich kann es euch wirklich nicht sagen gut dann würde ich sagen fahren wir zur startheitestelle müssen wir eigentlich heizung anmachen nur eigentlich nicht ne wir haben ja bestes wetter drinnen sollte reichen so und für mich heißt es heute wieder concentration denn wenn man lange kein omni mehr gefahren ist dann ist es immer wieder spannend weil auch mit kollisionen dass die kollision an ist hat er gerade gesehen so wie ist die startheitestelle so und bitte keine anfragen wegen diesem tag auch noch ein hinweis ja das nennt sich tage ist das heute noch was mit mein ticket moment mal ich hab sie erstmal ausreden lassen ja hier bitteschön heute ein schöner tag denken sie auch ja denke ich mal ne guten morgen nette fahrgäste sind ziemlich freundlich hier kriege ich die angst ja wobei die eine war ja echt gerade ne da wird sie sie mal aussprechen lassen und sie fängt gleich an zu meckern wo ist mein fahrschein ja typisch frauen reden erst mal ohne ende und dann dann meckern sie rum weil man zu lahmarschig ist ne also das ist unfassbar aber gut so wir stellen mal die uhrzeit ein bisschen vor auch noch mal 38 so nicht ein p ach Gott man merkt nicht mehr lange keine umsiemenke fahren so ich sehe da will noch ein kind mit das hinten einsteigen gott das hasse ich immer ne steigt doch mal vorne meine güte ist ja feuchtbar so abfahrt so mal gucken ob ich noch gut bus fahren kann gut dass hier keiner parkt sonst wäre es ein bisschen eng geworden ne Nikolaus Ehlen Gymnasium so so na hier waren einige mit hier moin wortscheinkante nicht gut so guten tag guten tag reichstufe a natürlich 92 danke bitte guten tag hallo 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 die grüßen ja eben ja Portstrecke okay Portstrecke normal 1,70. Danke. Morgen. Was ein gutes Zeichen ist. Fahrgäste sind alle so freundlich hier. Normalerweise begrüßen sie mich manchmal überhaupt nicht. Heute begrüßen sie mich ja alle fast. So freundlich, das kippt man ja gar nicht, ey. Da krieg ich Angst. Da krieg ich ja Angst, ey. Ja, moin. Ihr läuft einfach über die Straße. So. Ich hoffe, mein Omsi hält das heute durch. Müsste aber eigentlich. Ich glaube, ein Haltewunsch, ne? Mhm. Ein Haltewunsch. OBS-Fenster mal verschieben. So. Weiter geht's. Ja, es kann natürlich sein, dass einige Ansagen gar nicht abspielen. Aber das liegt halt, wie gesagt, daran, dass ich, äh, nicht die finale Version habe. Aber sobald die, äh, sobald die Karte released ist, habt ihr natürlich alle Ansagen. Ja. Hier ist die Sparkasse. Und hier ist ein Kreisverkehr. Ich liebe Kreisverkehr. Erstmal würde ich mit Hilfsfeind klarkommen, ey. Müsstet ihr ja eigentlich auch gehen, ne? Wenn man ständig nur mit, äh, Omni-Navigation fährt und auf einmal nur mit Hilfsfeind, dann könnte das vielleicht schon eine kleine Herausforderung sein für euch, ne? So. Nu gibt's Stoff. Oh, aber es fährt so scheiße. Mach jetzt die Tür auf die Stärke aus. Aber zack, zack. Es tut mir leid. Ah, die haben das Park in der Autos erwischt, ne? War was? Ich glaube nicht, ne? Hi. Hi. Ey, Busfahrer. Ich brauche einmal Freistufe A. Und das für Kinder. Ja, das ist richtig, ne? Bitte, danke, gern geschehen. Ja. Ja. Das Kind hat später in der Zukunft das Sagen, meine lieben Herrschaften. Ja gut. Äh. Ich glaube, da war nix, ne? Die sind einfach nur so ausgestiegen, weil sie wollten einfach mal die Umgebung anschauen, ne? Ja. Schlagbaum. Aber ey, jetzt kann keiner sagen hier, du sagst so nur so, dass du Kollisionen haben hast. In Wirklichkeit hast du sie nicht an. Ah, seht ihr ja. Ei, ei, ei. Was parkt denn der auch dort, ey, Leute? Der weiß doch, dass da ein Gelenkbus kommt. Nee, nee, nee. Boah, geht's noch? Warum meckerst du mich hinten an hier? Hallo. Hallo. Ich hab doch grad nichts gemacht. Ich weiß nicht, was mit dem Kind los ist. Kann ich euch nicht sagen, ne? Also, ja. Wie gesagt, wenn sie später nen Kerl hat, sie hat das Sagen. Pipest? Wobei, das könnte Manfreds Tochter sein, ne? Meine Manfred ist ja auch immer am rummeckern, ne? Könnte dazu gehören, ne? Ich will gar keine mit. Ah, Kreisverkehr. Ein guter Kreisverkehr. Ein schöner Buskreisverkehr. Das, was die Busfahrer bei uns auch immer machen. Schön ab durch die Mitte. Ne? Ja, wir sind sehr da. Zumindest ist es bei uns so, ne? Wenn's so ne Kreisverkehr gibt, dann wird einfach durch die Mitte durchgefahren bei den Bussen. Weiß nicht, wie's dort in der Realität ist. Ob sie auch schön durch die Mitte fahren? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber für'n Busfahrer ist es natürlich, ähm, viel besser so. Ja, der Fahrplan. Das ist jetzt eigentlich ganz gut. Ich glaub, das ist sogar ein realer Fahrplan. Der aktuellste. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ja. Schau mal. Ja. Ach, Mann. Typisch Omsi-KI-Menschen. Ah, ja, 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 ja. Einmal in Fortschdrecke. Fortschdrecke. Ähm, Moment. 1,70. Ach so, da passt. Dankeschön. So, hier haben wir eine kleine Übersicht. Werber-Zob. SB-66, 69, 40. Huh. Nice. Auf der Drink. auf der drenk auf der drenk es ist hier eng da läuft ein kind rüber so niemand mit ok jetzt hat es wieder leser angesagt wir müssen links rechts geht's richtung autobahn schützenstraße wo muss ich aber was da kommt ein auto das kracht das kracht das kracht es kracht nicht auch gott sei dank alter gut dass er abbiegen wollte ja die ki ist manchmal echt gnadenlos die würde einfach weiterfahren alter falter schaukelstrecke hier ne aber was mir gerade auffällt ich weiß nicht ob das in der finalen version behoben wird die steigungsanzeige ne da fehlt das prozent das ist mir eben auch schon aufgefallen hier fehlt der prozent wert oder ist das in der realität auch so umgesetzt ich weiß es nicht ich wie gesagt ich kenne mich da nicht aus aber normalerweise würde ich jetzt sagen wird eigentlich die prozentzahl der steigerung aber sonst macht es ziemlich rock kann man nicht meckern ne performance ist astrein also wir haben hier eine fps von über 60 ich glaube ich habe auch eine framebremse drinne bei 60 so höher geht es nicht ja und kacheln haben wir zwei kacheln am laden ne also nicht nur eine kachel sondern zwei kacheln und die performance ist top kannst du echt nicht meckern find ich toll hallo wir müssen geradeaus weiter ne ich bin mir vor wie so ein fahrschnitt zum allerersten mal ein bus fährt ey ist unglaublich bogenstraße ein retarder könnte der bus hier gebrauchen ey oh oh das kracht das kracht bitte bleib stehen er fährt weiter ne oh gott ich wollte echt kein unfall mehr bauen leute hier musst du echt aufpassen aber das sieht schon schön aus hier das muss man wirklich sagen hier schön mit den bäumen da oben ja moin hallo einmal preis stufe a bitte kommst du ins schwitzen heute ey preis stufe a bitteschön so euchgangsverkehr wir sind rechts rum Richtung wuppertal in der hoffnung dass da kein parkendes auto steht das ist nischt super gott das will musst du dir echt aufpassen dass die ja nicht irgendwo gegenramst ey respekt an die busfahrer die hier lang fahren wir sind in der realität stadtgarten stadtgarten hier stadthalle ok was schön Oh, du fährst so scheiße! Mach jetzt die Tür! Steige aus! Aber zack, zack! Anschluss an die Linien 627, 647, S-Bahn-Linie S9 sowie der Regionalbahn 49. Ja, ich weiß, warum sie jetzt aussteigen will. Die olle Meckertante. Meckernde Kind. Ich weiß, warum. Weil, ähm, ich glaube, wir waren über 30 gewesen, wo diese Welle kam. Und wir sind mit dem Heck voll ins Asphalt gekracht gerade, ne? Alter, da musst du wirklich echt aufpassen, dass du nicht zu schnell da drauf knallst. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Musst du echt aufpassen. Aber, ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir ziemlich gut, ne? Also, man muss zwar mehr aufpassen, ja. Es ist natürlich... Du musst wirklich richtig aufpassen. Vor allem, wenn du eine Kollision anhast. Und da musst du auch, wie gesagt, hier bei diesen Hügeln da auch aufpassen, dass du nicht zu schnell drauf knallst. Weil sonst knallst du am Heck. Also, vorne. Nicht am Heck. Jetzt knallst du mit der Front, mit der Schnauze. Wegen so einem Teil. Das wäre dann nicht so optimal. Ne? Ja, da muss ich echt noch üben, ey. So, wir müssen hier rein. Wir müssen da hinten rein, ne? Ja. Anders kommst du ja nicht rein, ne? So, Richtung Wuppertal, ja. Evangelischer Friedhof. Ewiges Markt. So, danach müssen wir... Okay, danach müssen wir wieder rechts. Einmal Passstufe A, bitte. Reichtstufe. Wie? Nee. A, A, doch. A, ja. Ja, A, A, A. Drei, vier. Bitteschön. Hi. Hi. Nicht schon wieder so ein Kind. Ach Gott, oh Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, sie meckert nicht wieder rum, ey. So. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Aufenthalt, oder? Sechs Uhr ist Abfahrt. Wir haben's. 5.55 Uhr. 5.55 Uhr. Hab ich überhaupt richtig hier? Tatsache. Wir haben jetzt Tatsache. Kurz Pause. Schön. Gefällt mir. Können wir uns mal ein bisschen hier umschauen. 6.27 Uhr nach Barmenbahnhof, Hauptbahnhof, 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 okay. In 20 Minuten kommt der nächste Bus. Also 20 Minuten Takt. Oder 6.49 Uhr. Hier haben wir noch eine 6.49 Uhr nach Vellbert, Z.O.B. Jedenfalls 20 Minuten Takt. Dann haben wir hier noch so'n Plan. Wir sind auf die UC-Vorwinkel, Oberbahn, 608, Hauptbahnhof 600, SB66, 66, 6.11, 6.49, das ist ein Wuppertal-Hauptbahnhof hier. Hier haben wir hier noch eine Brücke für den Bahnhof. Ich muss mal nachgoogeln. Es ist traurig. Was ist das für ein Zug hält? Ich glaube, Betreiber müsste doch DB sein, oder? Was ist das? Anzeigen. Vellbert. S9. Nach Haltern am See. S9 nach Hagen-Hauptbahnhof. Er hält hier auch. Och, du Heiliger. Er läuft, ne? Okay. Der App steht nicht drauf, welcher Betreiber. Ich denke mal DB. So. Schauen wir mal die Zeit ein bisschen vor. Wir müssen jetzt hier nicht bis morgen früh erwarten. 50 draus. Ja, dann machen wir die Türen zu. So. Müssen wir natürlich aufpassen beim rausfahren, dass kein Auto kommt. Das Problem ist, ich sehe es nicht. Da habe ich hier eine Bus-Anti übersehen. Aber es kommt nix. Aber es kommt nix. Okay. So. 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 Auf zum Friedhof. Money rausschmeißen. Dann können wir uns auch was zu trinken eingießen. Hätte ich eigentlich auch eben machen können, aber... Ach, naja. Ich werde halt. Ah, ja, 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 ja. So, Ampel. Ich bin startklar. Du auch? Anscheinend nicht. Please hold the line. Ach, liebe Ampel. Bitte, ich flehe dich an. Gib mir Grün. Oder soll ich dir was vorsingen? Hm. Sie will nicht, ne? Doch, jetzt. Danke. Ungewohne mit dem C2 wieder zu fahren nach ner Ewigkeit, ey. Getränkewelt. Oh, moin. Cipollaner Spezi gibt. Hm. So. Friedhof. Manfred. Aussteigen. Aber will keiner raus, ne? So. So. Und da kommen wir schon zum nächsten Ort. Rosenhügel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, die Ampel ist nett. Und dann links rum. Okay. Und wir sind sogar pünktlich. Also der Fahrplan ist wirklich top. Also kannst du echt nicht meckern. So, rechts müssen wir dann wieder rum. Oder so was. Oh, das wird mal nicht gekurrt. Kommt da was? Nope. Kommt da was? Nope. So, 30. 30er zu. Aber hier gibt es viele 30er-Bereiche, ne? Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ah, Sonnenblumen. Okay, hier fehlt auch die Prozentanzeige. Hm. Vielleicht kann es auch an den ganzen unterschiedlichen Prozentdaten liegen, dass es halt nur so ein Schild gibt ohne Prozentanzeige. Weil wir fahren ja in verschiedenen Höhen, ne? Da ändert sich ja dementsprechend die Prozentanzeige. Glaube ich. Also ich kann es nicht direkt sagen, ne? Also. Höhenbruchstraße. Hm. Nicht so schnell, Steven. Wir haben Zeit. Hey. Ah, passt. Passt, passt, passt. So. Hi. Da können wir eigentlich was los. Anlösen. Wird. Braucht eigentlich Licht? Nee, nee. Ist eigentlich hell genug, ne? Habt ihr Augen, ne? So. Zwar links, da kommt nichts. Aber da ist einer. Das ist mir ein bisschen zu enge. Weil er nutzt auch noch den Mittelstreifen. Sag mal, was ist denn mit dir los, ey? Du würdest mich doch jetzt verarschen. Gib einfach Gas. Ach, TKI. Ja, wie soll ich denn da jetzt hier handeln? Mein Freund. Ich kann da jetzt hier kaum. Ich kann noch, wo jetzt hier stecht. Ich kann noch, ich kann noch jetzt hier nicht einfach so runter. Hey, da müssen wir einen Rückwärtsgang einlegen. Ach, jetzt kommt auch noch ein Kollege. Oh. Oh. Krieg ich ein bisschen Angst, sag ich ganz ehrlich. Weil. Es wird krachen, Leute. Weil die KI hier wieder zu doof ist. Nein, weil die sehr doof ist. Das ist das Problem. Kommst durch, Kollege. Und du auch. Stell dich nicht zu doof an. Sonst kannst du gerne an deinen Führerstellen erneut machen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht rumkomme, oder? Das ist mir, das ist zu enge. Die kleinen Weg, weil die, ich weiß nicht, wie die Kollisionsbox ist bei dem, bei ihr hier. Das ist zu enge. Wir kriegen Unfälle bauen heute. So, rechts unten. Wollte ich schon links sagen. Da kommt nix. Rosenhügel Bahnhof. Auch nix. Anschluss an die Linien 627, 647 und der S-Bahnlinie S9. Ach, typisch KI. So, links nehmen wir uns für die Bahnstrecke lang. So. Rosenhügel Bahnhof. Da müssen wir doch wahrscheinlich zuerst hin, ne? Welbert Rosenhügel. Welbert Rosenhügel. Aber wir sind pünktlich. Aber wir sind pünktlich. So. Hier steht 647. Ähm. Jetzt muss ich selber gucken, ob wir den überholen. Aber wir sind ja auch hier. So. So. Obwohl uns der Kollege eben aufgehalten hat, beziehungsweise die KI. Ey Busfahrer, ich brauche einmal Freistufe A und das für Kinder. Ja, darauf wäre ich nie gekommen, dass du ein Ticket brauchst für Kinder, ja? Also, ich gebe auch noch das falsche Fahrschein aus, ne? Ich bin doch ein Held. Hallo. Morgen. Ein Ticket der Tageskarte? Eine Tageskarte. Och, hör mir auf. Ähm, ja genau. Da fehlt noch was. Ja, ist gut. Das ist nicht 80 Cent hier? Etwas zu viel, oder? Ja, ich weiß. Hallo. Hallo. Hör mir mal. Ein Ticket der Preistufe A bitte. Preistufe A, jo. 92. Bitte schön. Das ist verwirrend. Für morgen. 50 Cent. Guten Morgen. 20. 20. 10. Okay, das stimmt. Euro schlug auch. 2, 4, 6. 50 Euro. 1, 2 Euro. 2, 4, 6. 30 Cent. 15 Cent. Also das, das und das ist falsch. Und das. Texturen sind da irgendwie falsch. Hier gibt da 4, nee 6 Euro aus. Hier gibt da, ist das 4 Euro hier? Ja. Ja. Hier gibt da 2 Euro aus. Statt 1, 50. Und hier 60 Cent. Hier waren 30 Cent. Verwirrend. Hm. Joach. Ach, guck an. Eine S-Bahn. Ich, ich werde bekloppt. Da steht eine S-Bahn. Uh. 4, 22. S-9er Recklinghausen Hauptbahnhof. Geht aber kein Zaun, ne? Da habe ich mich, habe ich gar nicht richtig zugehört. Ich weiß es nicht. Ja, Moin. Okay, die Zuglichter sind beide rot. Das ist nicht so möglich. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Oberleitung. Die Lackierung, ja. Würde ich sagen, ist richtig so. Bebebahn. Ah, sie hätten einen eigenen Zaun. Okay. Finde ich gut. Muss ja nicht immer ein Standardzaun sein. So, jetzt aber weiter hier. Wir haben eine Minute Verspätung. Das geht gar nicht. Kriegen wir sofort eine Abmahnung, ey. So. Ah, da kommt was. Da kommt nichts. Auf nach Wuppertal. Auf dem Pöten. Auf dem Pöten. Auf dem Pöten. Der Pöten. auf den hüten ein bord steingante dann verlassen wir den ort rosenhügel und fahren weiter nach wuppertal zwei kilometer entfernten noch aber auch nur 50 hier oh mann kleine höhe so links neben uns verläuft die bahnstrecke richtung wuppertal wir müssen links kriegen rot natürlich das war so klar kommt das team angefahren sagt die ampel nee es gibt rot mensch ich liebe rote ampeln so und rechts geht es nach felbert zur direktverbindung über die autobahn wahrscheinlich fährt er auch der müsste eigentlich auch die sp 66 lang fahren aber das werden wir uns ja nachher anschauen immer gesagt dass ich rote ampeln mag die sind immer so sympathisch die sind immer so freundlich ach ja liebe ampel wenn du mich magst schalte jetzt auf grün sie mag mich nicht ach doch wo hier war meine straße gewesen oh da geht es aber da geht es aber bergauf da müssen wir aber sprung nehmen ich hoffe der bus ist nicht voll was geht ich habe da ach guck an ja moin ist es sehr cool gemacht ein easter egg ja von foto hin will man screenshot machen ja schön ist ja cool ja moin so aber wir haben eine frau die einsteigen will ja bist du bederpert warum willst du denn hier mitfahren ich weiß gar nicht ob in der realität hier auf dem gelenken lang fährt weil das so klein ist hier weiß ich gar nicht könnt ihr gerne in die kommentaren schreiben wenn ihr euch hier auskennt ob hier ob hier gelenkbetrieb ist oder er solo wobei vom fahrgastaufkommen her würde ich sagen eigentlich gelenk den anderen kollegen haben wir auch ein gelenk sehen ne an lindgen servus das wäre jetzt ein stand dicht anzumachen ey da muss aber ordentlich arbeiten hier der bus ne mit den steigungen wer denn hier ein schönes euromaster schauen wir uns gleich mal an auch wenn hier keiner mit will ne das ist unglaublich es ist unglaublich Gucken uns das trotzdem mal an. Wir wissen, was das ist. Euromaster. Reifenräder LKW-Service. LKW-Montage 1, 2, 3. Ah, also so eine Art Werkstatt. Okay. Jo. Hier? Rolf Höftmann. Jo. Jo. Jumoi. Grenze Jagdhaus. So. Willkommen in Wuppertal. Ja, irgendwie macht er manchmal Probleme mit den Gängen. Ist ja fast so wie ein Relief mit einem Mercedes-LKW. Beides glaube ich früher mal so war. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Dass er manchmal den falschen Gang einfach nimmt. Nein, er muss nicht durchpassen. Morgen. Jetzt grünen sie mich nicht mehr. Nee, er kam nicht durch. So eine Sauerei, er kam einfach nicht durch. Nee, nee, nee. Ui, 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 ui. So, rechts geht's zum Depot. Okay. Aber wir wollen geradeaus weiter. Servus Kollege. Wir sind einfach wirklich. Also, wie gesagt, Fahrplan mäßig top. Kannst ja echt nicht meckern. Nein, das kracht. Das kracht es dir. Das bringt nichts. Nicht bei der KI, ey. Man sieht, sie lässt sich nicht durch. Hast du keine Chance. In der Realität hast du vielleicht deine Chance, ne. Aber nicht in Ordnung so. Nicht in Ordnung so. Man muss sich hier ein bisschen mehr aufpassen, dass wir nicht irgendwo gegenknallen. Ui, 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 ui. Am Neuen Hessen. Am Neuen Hessen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht den Arsch mit nem Baum berühre. Müssen so stehen. Schönen guten Tag, Herr Auslager. Guten Tag. Fast. Fast wacke don dat luft. Ne. Wo da oben sind ein paar Häuschen. Schön. Wir sind so schnell, ne. Wir dürfen glaube nur 30. Wir dürfen glaube nur 30, ne. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kuckelsberg. Kuckelsberg. Oh, passt ja. Die Arme geht eh auf rot. Ihr Moin. Guten Morgen. Hallöchen. 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 Autofahrer, ey. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Wollen wir nicht übertreiben. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Und das über 100 hat jetzt echt viel gebracht, ne. Wenn du eine Eder abbiegen willst. Gott. Brilla Schloss. Hallöchen. So. Hallöchen. Hallöchen. Utsch. Hallo. Einmal Preistufe A für Kinder, bitte. Preistufe A für Kinder, natürlich. 30, nicht 40. So. Gabelpunkt. 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 Oi. O, 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 o. Hier geht es aber ordentlich bergab. Oh mein lieber, Scholli. Ah, wenn hier Schnee liegen würde, ne? Da kann es so runterrollen ohne Ende, ey. Meine Güte. Kann sogar Manfred runterrollen lassen, ne? Boah, alter. Wahnsinn, ey. Ah, super, die Ampel ist rot. Ah, super, die Ampel. Oh, super, die Ampel ist rot. Guten Morgen, hallo. Na, ernsthaft Ampel, ach come on, come on, ich liebe so eine Ampelschaltung, unfassbar. Ah, verrupa, nicht bremsen, Kollege, nicht bremsen, wer brems verliert, kennst du den Spruch? Ich hoffe es, ist mir ein bisschen zu eng hier. Er hat verloren, er hat gebremst. Naja. So, hier wollen sie nur aussteigen. Eieiei, jetzt wird es langsam warm hier. Oh Mann, ich liebe die Sonne nicht. Wie schön warm Rheinstrahlt hier, furchtbar. So. Greisig. Oi, 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 oi. Mh, mh. D-Wertscher Garten. Boah, du fährst so scheiße. Mach jetzt die Tür auf, ich steige auf. Aber zack, zack. Bin ich wieder so hart gegengeknallt am Asphalt? Ei, 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 ei. Es tut mir leid, ich bin neuer Busfahrer hier. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ich wollte nicht gegen den Asphalt knallen. Eieiei, da musst du echt aufpassen, ey. Guten Tag, lieber Fahrer. Guten Tag. Mh, mh, mh. Hört alle draußen? Ne, dann mach doch die Tür zu, ey. Schon gedrückt, ey. Was ist denn da für einer? 647 nach Hattingen Mitte. Ampel lässt sich mal wieder Zeit. Danke. Und warum? Ist doch alles easy. Boah, das sind doch ein bisschen zu schnell gewesen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So in Felbert waren sie alle freundlich. Wieso hat jeder gegrüßt, ne? Hallo. Hallo. Heißt du für A, bitte? Heißt du für A? Heißt du für A? Was war der Endhaltesteller, will sie noch ein Ticket kaufen, ne? Ich glaube, das ist jemand kontrolliert. Tja. Naja. So. Geradeaus geht's Richtung, wir folgen jetzt dem Linienweg der 600, 611, SB66, SE und SEV. Wow. So. Ähm. Ähm. Hallo. 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 Moin. 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 Wie in der Kasse, ne? Einmal Bananen. Einmal Gürkchen. Eine Packung Cornflakes. Flaschen. Kakao. Klo, Klo, Klopapier. Ne, es geht nicht, ne? Kein, 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 kein Code dran. Tut mir leid. Können wir nicht berechnen. Das ist wie in der Kasse, ne? Hehehe. Oh Mann, ey. Unglaublich. 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 Diese Linie endet dort. Haben wir danach gleich Abfahrt wieder oder wie? Oder fahren wir zum Pausenplatz? Mal gucken. Das wäre ja ulkig, wenn wir danach gleich wieder Abfahrt hätten. Ich hoffe, die KI bleibt auf ihrer Spur und wechselt uns gleich einfach nach rechts rüber. So. Alle Linien. 30. Über. Ähm. Welchen Bussteig enden wir eigentlich? Geht nicht dran, ne? 611. Äh. Okay. Wartet mal. Ah, wir hätten hier rein gemusst, ne? Ah. Ah. Hör mir auf. Hör mir auf. Hör mir auf. Hör mir auf. Ich will schon richtig enden, ja? Wie drehe eine Ehrenrunde. Komm, die Realität passiert sowas auch, ne? Kommt ein neuer Busfahrer, der fährt sich auch mal. Ah, nee. Selbst mit Hilfsfein, ey. Das ist unglaublich. So, Start und Terminus. So, ankommen. Sehr schön. Tatsache, wir müssten jetzt wieder zurück nach Fellbad fahren. Boah, Alter. Das ist aber ein ordentlicher Fahrplan, bis du zwei Stunden unterwegs bist, bis du Pause machen kannst, ne? Boah. Und in Fellbad hast du dann quasi ja, 20, nee, 25 Minuten Pause. Ja, moin. Kannst ein Bebeer so ordentlich kneter machen, ne? Ja. War doch eine schöne Runde, ne? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Auch wenn es zweimal am Asphalt krachte, ein Mensch vor meinem Bus lief und ich ein Parkendes Auto weggerammt habe, war es doch eigentlich ziemlich sympathisch. fand ich, ne? Also, kann man eigentlich nicht meckern, ne? Ja. Meine persönliche Meinung, also, für 9,95 Euro kannst du echt nichts Falsches machen, ne? Also, ist eine schöne Erweiterung und das ist meine Meinung, mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, ja? Ja, also, ne? Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und für diejenigen, die jetzt nicht weiter die SB66 gucken wollen, wünsche ich noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt immer schön negativ und, ja, und diejenigen, die jetzt dranbleiben, da wird jetzt die Fortsetzung geben mit der Linie SB66 von Fellbert nach Ruppertal-Hauptbahnhof. Da werden wir dann sehen, wie sich der Linienweg unterscheidet zwischen der SB-Linie und der 649. Ja, wie gesagt, nochmal zu meiner Meinung, ich persönlich finde das ganz cool, ziemlich sympathisch gemacht, lässt sich gut fahren, es sind einige schwierige Stellen dabei, da musst du echt kämpfen, dass du nicht einen Unfall baust, aber mir persönlich hat es Spaß gemacht, ist ein schönes Add-On, ne? Und wie gesagt, ihr braucht kein Wuppertal, also ihr könnt es einfach so kaufen, wenn ihr Omsi habt, ne? Und wenn ihr dann natürlich noch Wuppertal habt, dann könnt ihr die Karte natürlich sowas von erweitern, und das ist schon klasse. Ja, wie gesagt, diejenigen, die jetzt abschalten, noch einen schönen Tag und diejenigen, die dranbleiben, es geht jetzt gleich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank nochmal an Projekt Gladbeck für den Key und dass ich es euch schon mal zeigen darf. Vielleicht geht es weiter mit der Linie SB-66 auf der Karte Fellband. Bis gleich. und damit ein ganz herzliches Willkommen zu der Weiterfahrt hier in Folge 300 in Omsi 2 zu einer wunderschönen Preview über das Mini-DLC Fellband. Und ja, für alle diejenigen, die jetzt den ersten Teil übersprungen haben und die SB-66 sehen wollen, auf jeden Fall nochmal einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Und ja, wir befinden uns wieder hier am Hauptbahnhof in Fellwart, beziehungsweise am ZOB und fahren nun den Wuppertaler C2 Solo. Ich glaube, da reicht ein Solo aus. Bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich denke, ein Solo müsste eigentlich ausreichen. Und ja, wir starten wieder morgen. Ja, also wir starten so gegen 9 Uhr rum. Da müsste eigentlich viel Verkehr sein, Berufsverkehr. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein und rüsten unser Fahrzeug wieder auf. So, Motor an. Super. Fahrer-ID eingeben und PIN. So, und jetzt müssen wir die SB66 schildern. Umlauf-Eingabe müsste bestimmt auch zwei sein, oder? Ja, nach Wuppertal-Hauptbahnhof von Fellwart ZOB. Wir halten unter anderem am Willy-Brandt am Willy-Brandt-Platz Tönesheide Mitte und dann sind wir schon am Hauptbahnhof. Dort haben wir dann auch Aufenthalt für eine halbe Stunde. Finde ich auch schön. Ja, es geht gleich auf die Autobahn. Ja, man kennt's, OMSI und Autobahn. Das sind Sachen, also OMSI und Autobahn, das verträgt sich meistens nie gut. Gerade, was KI-Verkehren geht und ich hoffe, dass wir da ohne Probleme durchkommen. Fahrplan habe ich schon angenommen. Abfahrt ist um 9.12 Uhr. Wir machen wieder Hilfsweiler an und ich muss erst mal gucken, wo wir abfahren. Ich glaube, hier, oder? Hier ist Terminus. Wobei, hier ist SB66. Ja, hier starten wir. Hier stehen wir. Abfahrt in 17 Minuten. Unter anderem fährt hier auch ab der OV7. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was OV heißt. Ich habe keine Ahnung. Oberland? Weiß ich nicht. Also, da bin ich ratlos, was OV ist. Ihr könnt da gerne in die Kommentare schreiben. Dann 747 nach Eichholzstraße in Fellbad. Die SB19 nach Heiligenhaus. Heiligenhaus. Rathaus. Und unten drunter sind wir nach Wuppertal Hauptbahnhof. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Sound in Omsi okay ist. Ich hoffe es einfach. So, festste Bremse lösen. Und dann fahren wir mal zur Starthaltestelle. Auf geht's. Mitte läuft sicher. So, da ist frei. Beschneudigen tut er ja jetzt eigentlich sehr gut, da wir ja nur noch im Solo sind. Ist ja logisch. und sie wollen nicht einsteigen, weil ich wahrscheinlich noch ein anderer Bus bin. Oder? Hauptbahnhof? Wuppertal Hauptbahnhof? Ja, eigentlich ist es richtig, ne? Aber sie wollen nicht mit. Warum wollt ihr nicht mit? Wobei, hier steht nur 66. Machen wir mit Hartz-IV-Menü SB 66 draus. Wohin, gleich. Wuppertal, Bonhoff auswählen. Äh. So, Wuppertal SB. Wuppertal SB 66. Hier. Gucken, ob er die SB schildert. Ah, so ist es schon. Viel besser. So gefällt es mir schon viel besser. So, hier fahren viele DB Rheinland Busse rum. Ach, du Heiliger. In ganzen OV-Linien. Ich weiß nicht, was OV ist. Echt traurig. Ich mich mal informiert, ey. OV-2. Und ich will los. OV-1 126. Ne, 746. Hast sogar die Zahl nicht mal rein. Na gut, ist halt ein KI-Bus, ne? Naja. Naja. Okay. Ähm, wir stellen erstmal die Zeit vor. Vielleicht wollen sie deswegen noch nicht. Abwalt ist ja im 9.12. Und sie hat uns auch. Gut. Dann machen wir 9.10. Ne, machen wir 9.11 raus. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt eine Menschenmasse an. Hilfe. Ach, du Heiliger. Guten Morgen, heute wird ein schöner Tag, denken Sie auch. Ja, ich denke auch, ne? Aber wenn ich gerade die Menschenmassen sehe, äh, 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 hier, machen wir das zu. Ich kann das hier verwirren. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Das freche Girl ist auch wieder drin, ey. Unfassbar. Schönen guten Tag, Herr Bussfahrer. Hallo? Ein Ticket-Bussfahrer. Ah. Platz B. Dankeschön. Bitteschön. Übrigens, Stadt muss L.E. Also wir fahren ein L.E. Low Entry heißt der, Äh, 2,90, 3, 4, 6, 18. Die Schubkarre für das Kleingeld habe ich jetzt nicht dabei. Was geht? Das war noch nicht mal viel Kleingeld. Hi. Was meckerst du rum, ey? Guten Tag. Guten Tag. Ein Ticket der Tageskarte? Ach, auch eine Tageskarte. Sag mal, macht ihr heute alle einen Tagesausblick hier, oder was? Danke. Bitte. Ja, Rechnen für die Preistufe A. Rechnen kann ich, aber das ist ja so verwirrend hier. Preistufe A. Hier rein. So. Oh Gott, ist der jetzt schon voll, oder was? Ne, hier sind auch einige Sitzplätze frei, ne? Also sie können sich gerne nach ihr hinsetzen, ne? Also so ist es nicht. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los, ne? Ach, Kollege, wie hast du dich denn da hingestellt? Ah. Neuer Busfahrer vor uns. Ist wahrscheinlich Bio. Ist zum ersten Mal in Fellbad. Ja. Gut. Kann passieren. Kann passieren. Grüße gehen raus. Ah. Na gut. Müssen wir halt irgendwie da durch. Kommt da noch wer? Seid ihr jetzt nicht, ihr wollt in der zweiten Tür rein, oder? Nö. Ich dachte schon. So scheiße sieht es sich auch nicht aus, ja? Bis ihr nicht vorne einsteigen wollt. So, bitte abfahren. Ja, ja. Ja. Ganz geschmeidig, ey. Oh, diesmal steht ein geparktes Auto. Müssen wir halt aufpassen. Hm. Aber alle haben jetzt rot hier. Ne, jetzt doch nicht. Hm. Naja. Oder auch immer, ne? Möchte gerne grün haben. Bitte. Eine Ewigkeit, bitte. Jetzt kriegt er es grün. Och, Leute. Das ist nicht Busfahrerfreundlich hier. Ja. So, da kommt die 649 nach Velbert, ZOB aus Wuppertal Hauptbahnhof. Muss ich mir dann noch einen Kopf machen, ey. Grüß dich, Kollege. So. Standlicht an. Willy Brandplatz. Willy Brandplatz. Tay Wie? 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 Vielen Dank. Bordsteinkarte, nicht gut. Nicht gut. Ist immer gefährlich. Mit einer Minute Verspätung, naja. Schlag jetzt an der Ampel. Morgen. Morgen. Tageskarte bitte. Ja, Tageskarte. Hm. Muss echt aufpassen. Ich glaub, die obere Reihe war ja falsch, ne? Die untere war ja richtig. Naja. Ja. So, Kontakt ist da. Du darfst mir gerne Fahrt geben. Schnuckelampel. Oder Pkw-Ampel. Ist ja wurscht. Wenn die Pkw-Ampel erst grün kriegt, dann kann ich trotzdem fahren. Busch. Komm. Boot, boot, boot. Der kleine Steven wartet. Er möchte gerne weiterfahren. Dankeschön. Verpasst mir. Nehmen wir jetzt noch KI, ey. Ah, ey. Ah, hier ist die Fahrbahnverengung. Und. Ah, hier. Wie ist es? so kommt euch quasi tünnes und dann müsste es eigentlich dann auf die autobahn gehen wie gesagt ich kenne mich halt hier überhaupt nicht aus also warte mal me ist doch mit mann oder mit mann grüße gern raus an doch um sie diesen sinne der mit mann mit mann glaubt karsten kam auch aus felbert ne also jetzt cast man nicht jetzt wie ist sein youtube kanal simulant der simulant sowas der simulant der kartenerbauer von ruhe auf v1 v2 ich glaube er hatte sogar auch felbert in der freeware version gebaut wenn ich mich jetzt nicht total irre ich meine dass karsten also der simulant aus felbert kam könnt ihr gerne in die kommentaren schreiben ich dieses irgendwelchen nonsen erzähle will ich hier auch nicht zwei minuten verspätung das ist ja noch ein stück gehen na hier ist ja sympathische kreisverkehr wo du drüber fahren kannst was sie zumindest bei uns immer machen nike ima gas geben würde hier ich weiß nicht könnte auch gerne kommentaren schreiben wie sie ihren felbert den kreisverkehr nutzen wenn jemand aus felbert kommen sollte ob sie auch so einfach drüber fahren oder ob sie den kreise richtig ausnutzen wie pkw fahrer weil ich kann mir schon vorstellen dass es in will einfach ein paar pkw fahrer gibt es ausnutzen einfach nur drüber zu fahren 4 minuten also wir hätten schon da sein müssen eieiei ah hier ist es ja schon da ging gerade eben schon über die straße nur diesmal bekommen wir zum glück keine meldung dass wir jemanden überfahren haben uiuiuiui naja das mit dem hinstellen das müssen wir noch üben ne wenn nicht so optimal so nächster halt ist denn schon Hauptbahnhof Hauptbahnhof ich bin die bordschlandkante berührt hm okay die wuppertal hauptbahnhof ansage kommt nicht okay gut man darf nicht vergessen ich habe aktuell die beta version also nicht die finale version nicht vergessen so und jetzt haben wir in einem anderen gebiet denn vorhin sind wir ja links abgebogen jetzt müssen wir rechts abbiegen der bus eigentlich voll das wird kommt noch ein auto bringen uns trotzdem rum machen bleifuß mit video hochkommen hier steht ein benz sieht auch etwas eng hier aus ja da werden sie gleich rummeckern wenn wir abbiegen wollen wir wetten wollen wir wetten dass sie gleich rummeckern weil hier die berühren gleich die botschenkante dann werden sie gleich rummeckern waffer der scheiße kommt dann ne man kennt das in omsi ne das ist furchtbar naja ach komm ampel wir haben verspätung das ist der ampel scheißegal ne denkt sich so ne du bleibst jetzt hier stehen du kommst in 3 na doch nicht gemäckert gott sei dank ruft sich also die 50er bereiche die mögen sich anscheinend sonst könntest du locker schon 70 fahren wobei ich als busfahrer hier sowieso nur 60 fahren darf weil die leute stehen aber das kannst du hier gepflegt eigentlich ignorieren weil die allgemein immer nur stehen obwohl sitzplätze vorhanden sind ne das ist ja in der realität würde keiner einfach stehen bleiben wenn da sitzplätze zur verfügung stehen würden naja wölfrad kreisverkehr kreisverkehr SP66 über Autobahn über Land darf ich das jetzt selber entscheiden oder was wir machen es ganz anders wir fahren Autobahn ja aber wir schauen uns mal den Überland Abschnitt an ist interessant dass man sogar äh sogar ne dass man sogar entscheiden darf ob man Überland fahren will oder äh Autobahn ne oder zumindest der Überland Abschnitt ja kommen wir hier vorbei das kennen wir ja auch aus der 649 ne den Abschnitt ist aber interessant ne also du hast wirklich die Wahl entweder wenn du Bock hast ja fahr Autobahn oder fahr Überland ne finde ich cool ja aber wir fahren natürlich Autobahn selbstverständlich ich wollte euch nur mal kurz den Überland Abschnitt zeigen wir wollen heizen muss ein bisschen ausfahren hier jetzt rauf zum Beschleunigungsstreifen und da kommt nix können wir robber ich bin gespannt wie die KI sich hier verhält ey also Gas geben sie schon mal das ist gut aber wenn sie einen Spurwechsel machen wollen dann ist es nie gut so hier haben wir wieder einen Mitmanner ich glaube wenn du über Land fährst würde man wahrscheinlich Verspätung kriegen ne logischerweise weil du kannst über Land den meistens nur 50 tücken es sei denn es ist für bestimmte Betriebsfahrten keine Ahnung ich weiss es nicht bin ich das weiss ich nicht aber ich denke mal wenn du über Land fährst dann brauchst du schon länger definitiv die Talbrücke wir gerade gelesen haben also du bekommst auch noch Informationen über welche Brücke du fährst auch sehr schön hier ist nochmal die Talbrücke Oberdüssel Oberdüsseldorf oder oben heißt das nur Oberdüssel nice na sie bremsen da alle ab ey jetzt werden wir auch noch überholt von Benz aber ich selber will nicht überholen um Gottes Willen da kracht es dann war es mit dem guten Fahren heute Seite hurik ui Talbrücke Brucherbach ok der Benz der uns eben PH betät тому tuckelt da. Ist das dein Ernst? Talbrücke Steinberger Bach. Also hier kannst du echt was Neues kennenlernen. Also für diejenigen, die noch nie hier waren. Wir wissen dann bei der nächsten Autofahrt mit ihren Eltern, guckt mal, da ist die Brücke, da ist die Brücke. Dann werden eure Eltern begeistert sein, dass ihr so viel Ahnung habt. Aber es ist ganz nett, so eine Information. Gibt es ja nicht auf jeder Karte. So, diese schönen LED. Autobahnschilder 80. Licht an natürlich. Tunnel, großer Busch. Jomoin. Ein großer Busch. Wir fahrten in den Eingang von dem großen Busch. Könnte man jetzt zweideutig denken, aber lass es gehen. So. Uppertal. Okay. Hier ist schon die Ausfahrt. Fünf Kilometer sind schon rum. Aufpassen hier. Ohne Scheiß. Die KI hat sich ausnahmsweise... Was war denn das doch für ein Auto eben? Okay, da war noch ein Fehler. Ja, moin. Die KI hat sich ausnahmsweise mal ordentlich verhalten. Also es gab jetzt keinen Spurwechsel, dass man extrem abbremsen musste. Fand ich gut. Also wenn du die Autobahn auf Freifahrt siehst oder... Na gut, das ist keine Autobahn, das ist eine Schnellfahrstraße. Oder die Autobahn auf Lemental siehst. Das ist eine Katastrophe. Auf Krefert ist die teilweise auch ein bisschen schlimm. Alter. Es war knapp, ne? Es war knapp, ne? Aber so knapp, ey. Das ist unfassbar. Der Benz. Der uns unbedingt überholen musste, weißt du? Und dann selber lahmarschig ist. Wollte einen auf coolen Macker machen, ne? Wir lassen uns rollen, weil ich hab das Gefühl, dass wir die Ampel eh nicht kriegen. Dabei. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich muss hier nur aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegen haue. Weil von rechts, ne von links, kommt ja auch noch ein Verkehr. Gottes Willen. Gottes Willen. So, 50. Was ist das eigentlich noch da hinten für ne Werbung? Hätte ich mir ja vorhin schon anschauen, wo ich vorbeigefahren bin. Next Ticket. Wir suchen Pioniere. Bringen Sie mit uns die neue Ticket-Generation im VRR auf den Weg. Ja. Ja. Ne? Da ist glatt mein Trinken schon alle. Ja. Mal nachfüllen. So, Ampel. Hast du mich lieb? Dann geh jetzt auf grün. Bitte. Macht sie nicht, ne? Ampeln können mich eh nicht leiden. Kann ich machen, was ich will. Gibt Gas, mein Mann. Zieh ne Ampel. Ja. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht mit der Stoßstange gegen den Asphalt knallen. Oder war es einfach nur das Gelenk in der Mitte gewesen? Weiß es nicht. Kein Auto? Nö. Aber hier sind Autos, die parken. Ich glaube, wir können eigentlich auf der linken Spur bleiben. Weil ich glaube... Nee. Nicht glauben, weil hier waren wir vorhin nicht. Ist die Madmaner Straße. Das ist irgendwo in der Nähe von Dock-Omsi. Wobei... Nee. Das ist ja eigentlich Madman, ne? Wir sind ja nicht in Madman. Wir sind aber noch lange nicht. Weiß der nur Madmaner Straße. Weil wir bleiben eh auf der linken Spur, weil die alle hier parken. Ich hoffe, die haben alle Iran-Bremse angezogen, weil sonst kann es teuer werden. Das ist auf der Straße. Okay, wir müssen... Wir müssen da rum. Den Madmaner überholen wir jetzt. Der ist sowieso lahmarschig. Er war nur folgend geil auf uns, weil er seinen Arsch zeigen wollte. Und jetzt zog er da rum. Das wird er morgen nicht mehr ankommen. Zum lahmarschiger. Das ist ja auch ein Madmaner Benz. Sag mal. Also den Madmans geht es aber richtig gut hier. Alle mit Benzen. So. Den Verlauf kennen wir ja schon von vorhin. Für diejenigen, die bei der 649 dabei waren. Ja, eigentlich auch nicht, ne? Wir sind doch vorhin woanders langgefahren. Oh, oh. Das ist kein gutes Zeichen von Omsin, ne? Also wenn das aufploppt, ne? Dann heißt es immer, die nächste Kachel ist im Arsch. Würde er nicht mal laden. Drückt mir die Daumen, dass es nicht so passiert. Gar nicht jetzt... Das wäre jetzt richtig doof, wenn das passieren würde. Das wäre richtig doof. Ne. Die sind wohl vorhin nicht langgefahren. Das war man nicht. Aber da gab es auch noch... Da gab es auch eine Stelle mit... Mit rechts rein Richtung Depot. Hm. Aber hier für die 629. Wie sind ja die 649 gefahren. Die sind ja hier auch Linienweg 611. Die sind wir ja vorhin auch nicht gefahren, ne? Oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Lass es nicht geschehen. Dass eine Kachel fehlt auf einmal. Ich hoffe, ich bin jetzt noch richtig, ne? Dass wir hier fertig schwebe waren. Auch sehr schön hier. Giet richtig geil aus sogar. Oh no. Ich habe wirklich Angst. Dass... Dass da jetzt wirklich die Kachel zu Ende ist. Ich habe da wirklich Angst, ne? Wir haben 10 Minuten Verspätung. Oh weia. Sind ja richtig schlecht. Gut, ich hätte vorher nicht trödeln sollen. Beim Überlandbereich, ne? Na gut. Ist unsere Jugendbahnfahrt, da dürfen wir das. Dürfen wir das? Ja. Wann war eigentlich Ankunft? 9 Uhr 41. Wie wird es das? 39, ne? Also wir haben noch ein langes Stückchen vor uns. Und noch ein langes Stückchen. In der Hoffnung, dass oben sie die Karre nachlädt. Alter, geht's da steil hoch, ey. Meine Güte. So, hier ist ja diese... Se-Linie, war das nicht... Hie ist das nicht mal Sex? Also die Sex-Linie der Schwebebahn-Express? Oder Ersatz-Express? Da gab es doch mal eine Sex-Linie in Wuppertal, oder nicht? Ja, klar. Super. Die Ampel ist dann auch wieder rot, ne? Ist klar. Ach, nee. Nee. Die gäbe es doch nicht. Was aber denn hier schön ist. Mhm. Es ist halt die Z-Straße. Mhm. Mhm. Jetzt wird mir aber warm, ey. Diese wunderschöne Wärme. Einfach unfassbar. So. Ich glaube, das bleibt zwölf Minuten Verspätung. Was haben wir uns überhaupt noch richtig hier? Ja, da habe ich mich irgendwo verfahren. Habe ich mich verfahren? Ich weiß es nicht. Als ob ich so inkompetent wäre mit den Hilfsfeilen, weißt du? Sind doch noch richtig, oder? Hauptbahnhof, ja. Wer geht zum Hauptbahnhof? Wir sind richtig. Wir sind richtig. Ja, SB66. Ach Gott sei Dank. Ich habe gedacht, wir haben uns jetzt hier irgendwie verfahren, weil die Verspätung auf einmal so steigt hier. Normalerweise machst du dir Gedanken drüber, ne? Und denkst dir, warum steigt denn jetzt zur Hölle die Verspätung? Kann doch ja nicht sein. Ja, dann denkst du dir ja, dass du dich verfahren hast. So. Wir sind am Robert-Daumen-Platz. Schwebe-Wahn-Fährt aktuell ja nicht, glaube. Boah, ich bin so gespannt, ob dieses Let's Play heute noch am 9. Juni hochgeht, ey. Ei, 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 das wird viel Upload dauern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also entweder die Folge kommt heute am späten Abend um 21 Uhr online oder heute am Donnerstag. Um frühs um 8 Uhr. Weil das Problem ist, je länger die Aufnahme, desto größer die Aufnahmedatei. Und desto länger braucht er YouTube allgemein, um das Video zu verarbeiten. Weil ich gebe ungern Videos ohne Verarbeitung raus. Weil wenn das YouTube-Video nicht verarbeitet ist, habt ihr eine Auflösung von 360p oder noch schlimmer. Das will ich nicht. Es dauert halt einen Weichen, bis das Video in 2K ist. Es sei denn, YouTube ist mal wieder schnell unterwegs. Aber es ist auch eine Seltenheit mit YouTube. YouTube. Die Verspätung. Ah, nee, jetzt 5 Minuten. Okay, das ist dann dieses komische Omsi-Gedöns. Dieser klassische... GPS-Bug, sag ich jetzt einfach mal so. Muss aber wahrscheinlich auch in der Realität so sein. Glaube ich. Hey, mit 5 Minuten Verspätung ist verkraftbar. Finde ich. Aber hier könnte man auch schön mit dem Setra fahren, ne? Von Felbert nach Wuppertal. Von mir aus auch mit einem schönen, richtigen, geilen Reisebus, ne? Kann ich mir auch gut vorstellen. Muss ja nicht immer alles Linienbus sein, ne? Habe ich schon gesagt, dass die Ampeln mich mögen? Das ist unglaublich, ne? Also irgendwie habe ich eine magische Anziehungskraft zu roten Ampeln hier, ey. Eine Minute und dann haben wir 2 Stunden rum in der Folge, ey. Ist... Wahnsinn. Gut, Folge 300 ist mal was Besonderes, ne? Wer weiß, warum wir überhaupt die nächsten 100 Folgen schaffen. Man weiß es nicht, ne? Er hat doch den Abschiedkernber, den sind wir vorhin auch noch gefahren. So, dann ist gleich wieder die Frage, auf welchen Bussteiger enden wir, ne? Wird das hier drauf? Wird das hier drauf? Nö. SB 66, ne? Hm. Müssen wir mal wieder suchen, ne? Such die Haltestelle. Such den richtigen Hilfspfeil. Hm. Wird schon irgendwie klappen. Irgendwie. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Kommt der Train-Om-Sitv auch noch an. Auf mal. Auf mal. Auf mal. Und ich blink. 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 Ding. 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 Ach, die Ampel. Gibt's nicht. Ah, danke. Sieben Minuten. Glaub, hätten wir keine rote Welle, hätten wir wahrscheinlich zwei Minuten von Spättern gehabt. Ich meine, Trötelei vorhin. Habe ich jetzt nicht SB gelesen. Muss ich hier wirklich warten? Tatsache. Ist ja eine Busampel. Wer da rein? Muss ich anscheinend warten, oder? Wird einfach ja sagen. Gucken wir mal, währenddessen war nach der SB. Ah, hier ist sie. Okay, auch gleich wieder am Anfang. Ja, dann, 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 dann ist es so, ne? Oh. Das knallt. Oder? Oh ja. Da ist keine Möglichkeit mehr drin. Diese hole ich auch zu sehr aus, ey. Jetzt hat der Arschkollege auch noch. Das knallt. Ah, Idiot. Sorry, dafür kann ich nichts. Fahren Sie doch halt erst mal langsamer, bitte. Ich kann nichts dafür, er ist mir reingefahren. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Schweren Sie sich bei der WSW. Ich kann nichts dafür, er ist mir reingefahren. Er wollte einen Crash-Test machen, um zu gucken, ob ich wirklich Kollisionen an habe, ne? Ein Arschkollege, ey. Zum Schluss rammt er mich hier noch weg. Wo ist denn überhaupt hin? Gut nach Fellbad, ne? Ne, Hattingen Mitte. 1647. Ja, jetzt kannst du ja stehen bleiben. Was mein' wir? Du kriegst nachher Abmahnung. Ich nicht. Wo alle raus? Nö. Mach mal hin. Ja. 19 Minuten mehr wieder Abfahrt. Und dann, also hat man quasi fast immer eine halbe Stunde Pause. Finde ich gut. Also mehr Pause als bei den 600, äh, bei der 649. Ja, was soll ich dazu sagen? Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ein wirklich schöner Mini-DLC. Ob da jetzt was real war, ist die Blechelse. Kann ich euch versichern. Die ist real. Aber ob jetzt hier die ganzen Häuser, was weiß ich, alles real ist, das kann ich euch wie gesagt nicht sagen. Weil ich war noch nie in Wuppertal. Ich war auch noch nie in Fellbad. Aber ich kann euch eins sagen. Mir hat's gefallen. Mir hat's Spaß gemacht, diese beiden Linien zu fahren. Und, äh, es ist auf jeden Fall eine schöne Erweiterung. Und ein schönes Mini-DLC. Also, wie gesagt, ich kann euch noch mal gerne die Daten sagen. 36 Kilometer groß ist die Karte. Ihr habt zwei Linien. Die SP66 mit 33 Minuten. Die 649 mit, äh, 60 Minuten. Und das kostet alles 9,95 Euro. Also, da kannst du wirklich nix falsch machen, ne? Also, mir persönlich hat's sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich bei OpenSea Projekt Gladbeck. Für die Bereitstellung, dass ich es euch vorab zeigen darf. Allgemein für den Key. Also, noch mal ein großes Dankeschön. Und, wie gesagt, mir persönlich hat's sehr viel Spaß gemacht. Die Performance war hier auch wirklich astrein gewesen. Also, wir hatten hier ja kein Ruckeln, kein gar nix. Und nein, ich habe kein Vulkan-Mod drinne. Weil sonst könnte ich ja KingSuiteFX nutzen. Weil sonst würde das so aussehen am Ende. Ja, und, ähm, ja. Das war die 300. OMSI-Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich sehr über eine, äh, über Kommentare freuen. Und über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier in OMSI 2. In einer normalen Folge. Bei Folge 301. Und ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne restliche Woche. Genießt das Wetter. Denkt positiv. Seid negativ. Und bleibt gesund. In diesem Sinne. Macht's gut. Euer Trenum City. Tschüss.